Wenn Ihr Kind nicht ein extremes Frühgeborenes ist, versuchen wir jedem Kind beim Kaiserschnitts-Bonding zu ermöglichen. Bonding ist die erste Kontaktaufnahme mit Ihrem Neugeborenen direkt nach der Geburt. Das heißt, das Baby wird auf die Brust von der Mutter gelegt. Weil die erste Kontaktaufnahme in den ersten Minuten nach der Entbindung das Bindungsverhalten fördert, die Stillbeziehung fördert und für das Kind zum Ankommen auf der Welt extrem wichtig ist. Wenn Ihr Kind nicht ein extremes Frühgeborenes ist, versuchen wir jedem Kind beim Kaiserschnitts-Bonding zu ermöglichen. Das heißt, das Kind wird einmal kurz angeschaut, macht es das, was es soll und wird dann direkt zu Ihnen nackt auf Ihre nackte Brust gelegt, auch während Sie noch operiert werden. Das ist das Kind.